Wir spielen wieder der Walking Dead und wir fangen genau dort an, wo wir letzte Folgen aufgehört haben. Der Kenny hat gerade die Wand zerschlagen und ist zu uns gekommen. Der Omid schlagt jetzt das nächste und wir führen die Gespräche fort. Und ja, viel Spaß. Ja wirklich. Wie geht's dir? Ich bin... Ich weiß nicht, wie das zu antworten. Entschuldigung. Du hast mehr als jemanden verloren. Na gut als jemanden. Die Familie ist weg, auch. Er ist gut, okay? Chill. Ich weiß, dass du hier raus willst. Omid macht gute Progresse. Ich bin gut. Ich vermute meine Familie, das ist alles. Ich wünsche dir, dass du ihn fragst. Vielleicht mach es leicht auf ihn von hier aus. Ich bin Angst, wie hell. Nicht mit ihm. Vielleicht. Vielleicht nicht. Du hast ihn draußen gehört. Ich habe. Ich habe nie wirklich so gedacht. Oh, Mann. Du hast dich etwas über das, was wir über uns haben? Mit ein paar Punkte. Vorher von dir, haben wir diese Frau, Lilly, mit uns. Der Herr weiß, wo sie ist, jetzt. Insofern, wir mussten... ...eine schwierige Texte mit ihrem Vater machen. Sie kam zwischen Lea und ich ziemlich gut. Und ich habe viele Nachts vermagst du den Mann, das Junge. Das ist alles. Es ist alles Wasser unter dem Brink. Alles, was wir tun können, ist zu gehen. Na gut? Schönen Sie. Und da ist er aufgekommen, oder? Das schon ist. Oh, nice. Oh, miet, mehr hört. Hoffentlich bin ich nicht besoffen. There ain't no way achievement. Selbstmord, ja. So, dann ist die Eltern von dem Clan. Ja, genau so in er reagiert. Wir haben so viele Leute gesehen. Ich weiß nicht, warum diese Leute mein Herz schreien. Was das Herz schreien, ist nicht, dass du dir eine Chance hast. Das ist was Katja gemacht hat. Was ist dann, ist dann. Was ist dann? Nein, ich weiß nicht. Was ist dann? Oh, Leidl, das geht auf. Ja. Oh, Leidl. Ich hab einfach kein Ohr mehr. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Ich hab das hier. Ich hab das gemerkt. Ich hab das gemerkt. Ich hab das gemerkt. Ich hab das gemerkt. Das ist... Aber ich denke an all die Schmerzen, die sie verhindern. Du bist noch mit der Spitze? Ja, Lee. Ich möchte nur helfen. Gut. 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 Die Couch war vorher in Ordnung. Ben? Ben! Waaaaaah! Ich und meine Schmerzen. Holy fuck! Was werden wir tun? Oh no, Ben! Oh no, Ben! Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin weg von hier. Du bist okay? Was ist passiert, Ben? Ich bin sorry. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich muss... Wir werden dich rüber. Wir werden dich rüber geriert. Richtig? Ich dachte... Fuckin' hell. What is it? I'm okay. I'm okay. We can get you up. We can, uh... Ow! He's screwed. He's not screwed. He can't die down here. What do you want to do, Ken? We can't... Fuck! Fuck! Oh, God! Don't let them get to me! Do you have any bullets left? This has only got one left in it. Just a few. Give them to me. What are you gonna do? Give them to me and get the hell out of here! I'm not leaving you. Go! Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! What the fuck, Kenny? Lee. Lee, it's okay. No, kid. No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Go get that girl. Back, you sons of bitches! Mama. Yeah! Damn it, Kenny! Oh, fuck! Kenny, be... Aw! Yeah! What happened? Oh, God! Yeah! Oh, yeah! Oh, that's so hard. Yeah! Uh! Yeah! Chance! Nah! schlecht! Ty! Yeah, Max! Wow. I heard a shot. Kenny made sure that Ben didn't feel any more pain than he had to. What? It was Ben's biggest fear, you know. Kenny had one bullet and that's how he used it. God, poor fucking kid. I don't know what that's going to say. No, McClane and T2. Maybe even me. We should go. Right behind you. Oh, the driver. We didn't know him for a minute and now he's gone. It's like... Do you want to talk? I guess that's a no then. You just lost two friends. It's pretty understandable, right? Look, Lee. This is a shitty time. But I want to clear something up. What is it? Now with Kenny... gone. Means... Omid and I have to stay safe. For her. Yeah, you do. Let me take all the risks. That's not what I mean, necessarily. It's what I mean. It's what we gotta do. Oh, we're not friends, Lee. Not friends. River Street's just up ahead. Whoa, careful. Even the buildings are full. They never know where the next meal is. That's a thing to say. That's a thing to say. I... I... I didn't mean... It's fine. Let's go. Ah, schlimm. Mercy. The Marshalls. It's round the corner of the block. We have to cross here. Well... At least it doesn't look like a death trap. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and... You're walking for two. I'm obviously not doing so hard. The decision doesn't make itself. You're walking for two? Er was? I'll go first. In case anything happens out there. You're sure? Yeah. But... But he... He knows that she's weak? Also... Who... Who knows? She's not told us. I'll tell you. And she's not here. Is there anything that was? Just go nice and slow. I don't know why I... my... my arm locked up. I have to die. Because I'm going to die. I'm going to die. Almost there. It's an easy crossing. Good. Oh fuck. Shit. Are you okay? Fine. I'm kinda fucked here. What are you gonna do? No! Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Let's meet outside of town. By the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah. By the train. Jesus. We'll be there. Quickly. By the way. Actually. Great. You know what you can do? Obviously come from. I can't fix your life. You won't look Parker. They're以上 forgive this then. Oh ja, das war alles. Wir kennen das Auto. There's no way. There's no way. Wir kennen das Auto. Wo wir die Ding verlagert haben. Die Supplies. Von der ersten Staffel. Die Supplies. 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 Ich habe sie von dir, nicht wahr? Hast du schon... ...hurt jemanden... ...die du interessierst? Nicht auf der Grund. Wenn es auf der Grund wäre, dann wäre du ein sociopat. Ich habe sie... ... so schlecht. Mein Sohn, Adam, ging weg. Ich habe ihn zu spüren, obwohl meine Frau sagte, dass er zu jung war. Ich dachte, dass er zu lernen musste. Ich kam zurück ohne ihn, und der Blick auf die Gesichter sagte, »Du bist ein Monster!« Wir waren alle, zu suchen ihn. Wir haben ihn nicht gefunden. Ich habe sie so schlecht gesehen. Dann hast du alle unsere Dinge genommen. Du hast uns verabschiedet. Ich könnte sie erhalten, aber nicht nach dem. Entschuldigung. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Die Angst haben wir uns verabschiedet. Ich bin zufrieden. Es ist so schlecht. Ich bin zufrieden. Wir sind zufrieden. ... ein Tag später. ... auf der Straße. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin nicht so wie du. Du hast ein Mann mit einem Fischfork in fronte einer kleine Frau. Ich würde es anders machen, wenn ich so miteinander schreibe. You abandoned a defenseless, grieving woman. You weren't there. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold. How could you do all this? She told everything. Yep. She's wasted. It doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Our plan? Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's eight. Wrong. She's nine. But... Her birthday was six days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. No. Shut up. It makes sense. It's not happening. Let us go. No. No, I don't think so. You're going away. And we're starting a new family. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... I'm glad to. I wish you wouldn't have had to get this bad, but... It's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt her flying. She's sick. I hope there aren't warm. I hope there aren't warm. It's hot now. I'm kidding. I will curse this one. I hate this one. I'm sorry. Er... er könnte zurückkommen. Okay, sweet pea. Wir sind weg. Good. I'm sorry. I'm sorry. Shhh. It's okay. It's okay. Hey, your arm's gone. Why? That's so scary. I... had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Clementine, we don't have much time. Okay. I'm sorry, Lee. I'm sorry. Shhh. It's okay, sweetie. We need to get you somewhere safe. Wo sind die Eltern? And we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. Need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Oh, man. I'm sorry you had to say that. Oh, man. He was going to kill you. It take you. Yeah. There is nothing in there. Can we go? There. Ja, natürlich. Ja, lass uns gehen, kleine Clam. Ich weiß schon was drin ist und ich will es nicht zeigen. Ben? Es, es hat dich nicht bemerkt. Ja, ich weiß es. Du musst es. Du bist in all diese grossen Sachen. Ich habe eine Menge von ihnen zu kommen, um hier zu kommen. Das ist wie wir aus der Savanna rauskommen. Gut. Das ist nicht der Ben, btw. Das ist... Oh, no. Scoop! Oh, damn. Nein. Nicht essen. Wir werden dich verletzt so schnell wie wir können. Nicht so schnell genug. Are you done? Ein bisschen mehr. Ich will sicher sein. Ein bisschen mehr. So gross. Ich kann das nicht machen. Das ist hier. Ich hoffe, das ist so. Ich hoffe, dass du es nicht erinnert bist. Ich dachte, dass es nicht einmal ist. Ich dachte, dass du es nicht erinnert ist. Ich dachte, dass du bist. Danke dir. Du bist gleich neben mir. Gehe ruhig und schnell. Denken Sie nicht rum. Und nicht leiser. Wir haben's Wocky Tocky einfach liegen lassen. So meine Freunde, ich glaube nächste Folgen wird die letzte Folgen, das Problem ist. Ich habe keine Zeit mehr, dass wir die letzte Folgen aufnehmen. Wir haben einen Stream und 24 Minuten. Na, das stört mich. Oh, Jesus Christ. Kenny und Ben sind weg. Oh, ich kann nicht wissen, was jetzt noch passiert. Naja, lasst mir einen Like, der uns euch getaugt hat. Lasst mir einen Like, der von Ben und der von Kenny. Lasst mir einen Sub, der uns in den nächsten Video anschaut, wo jetzt zum WVariety Gaming Channel. Einen Tag 6. Video, 7 Uhr Livestream. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend für euch.